Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Was ist denn da? Das Gold nehme ich mit. Die Robe brauche ich aber nicht. So, haben wir die auch versenkt. Nachdenken. Ja, ist nicht mehr so viel. Ich merke das schon, die Map wird immer kleiner. Immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Ähm, ne, da ist sowieso nix. Also gar, ne, pff. So, das heißt, ich mache mir jetzt auf zum Knoppe. Und wenn wir den Knoppe gedrückt haben, geht es hier weiter. Dann muss ich wahrscheinlich mit dem Drainer wieder den Generator zerstören. Wovor ich dann mit Lady Varsch und ihre kleine Streitmacht weiter vorrücken kann. Oh nein, ich habe eine maximale Einheitenkapazität erreicht. Verdammt. Noch eine Flotte. Das ist ein Buch der Gesundheit. Wo die Haare ja in ihre Schiffe reinbekommen. Die quetschen die echt überall hinein. So, wir können das Buch der Gesundheit gebrauchen. An sich ja eh die dann. Kein Feindkontakt. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass ich euch mal begrüßt werde von sowas naht. Aber gut, Freundchen. Mit Ruhm kannst du dich auch nicht brüsten. So, Knöpfe drücken. Gold holen. Und meine guten Einheiten ranholen. So. Ihr seht mich auch nicht, ne? Ne. Sehr gut. Hier sind die Verteidigungsanlagen. Ein Held auf die Stufe 7. Der Generator ist da. Wie komme ich... Ach, von hier komme ich dahin. Okay. Jo. Jo. Machen wir mal kurz einen Prozess mit den leichten Plumpenverteidigern. Huch. Kommt ein Tier aber immer her. Und damit sind die auch hinüber. Sehr gut. Ich tue mein Bestes. Nö, 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 nö. Macht nix mehr. Ich gehe mich jetzt erstmal heilen. So, also das Lager steht mir jetzt im Weg. Danach sind wir bei der Meisterin der Qualen. So, danach müssen sich ja die beiden Türen hier... Die beiden Türen hier öffnen. Dann geht's zum Hauptlager. Zuerst muss ich ja noch Dinge nachher zerstören, bevor ich weitergehen kann. Ich werde ungeduldig. Hm, die beiden haben wir noch. Die können wir ja gut gebrauchen. Ermöglicht mir die Rache. Und ich merke gerade... Ach, komm. Machen wir das. Wirst du eben da... Bist du bekloppt? Kann ich auch. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ah. Okay, das hätte ich auch machen können. Aber ich wollte ja nicht. So, das Problem könnte eventuell sein, dass sich die Truppe... Puh! Ich schenke euch die reißen, wenn Dämonen der Nähe... Zumindest noch einmal... Die können wir auch sehr gut gebrauchen. Deswegen kommen die auch mit ran. Hm. Der war Level 7, das heißt, er kann den Klingentanz haben. Meine Kraft! Pass mal auf, wir machen das schlau. Jetzt setze ich die Dämonen mit ein. Damit ich von zwei Seiten gleichzeitig aus angreife. Und dann mal gucken, was die Meisterin der Qual so drauf hat. Vielleicht schaffen wir die noch. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir haben noch neun Minuten, das sollte man hinbekommen. Ich kann direkt mal gucken, wie stark die Verteidigung ist. Die ist schon ganz ordentlich. Teufelsorgs, Klingmeister, muhaha. So. Die Zeit ist knappsterblicher. Höre die Kaiserin. Wie kann ich euch helfen? Bitte zeig. Für Dräner. Blut und Wund. Kosciado. Für Dräner. Gewinnen tue ich das auf jeden Fall. Kosciado. Tja, mein Freund verspielt. Ich schenke euch, meine Kräfte werden angegriffen. Ich werde es versuchen. Und sogar noch Stufe 10 gekommen. Sehr gut. Ich tue, was ich kann. Unser Wille geschehen. So, an Einheiten ist das aber noch ein bisschen zu wenig. Meine Kraft gehört euch. Also, holen wir noch was nach. Ich kann ja schon mal kurz nach oben gucken. Ah, okay. Ich werde es versuchen. Okay, zwei von der Sorte. Die Zeit ist knappsterblicher. Ähm, that's what I not want. Ich schenke euch meine Weisheit. Ja, ich bin so ein kleiner Fetischist, was das anbelangt. Aber, komm. Hm. Hm, 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 hm. Zwei Höllenbestien. Der Unterzüter ist ja nicht so schlimm, aber ich weiß nicht, was die da oben drauf hat. Ich brenne darauf zu handeln. An Nahkämpfern mangelt es mir auf jeden Fall. Ich habe nur zwei. Na gut, mit denen habe ich ein paar mehr. Aber eventuell kann ich die Ärger brauchen. Moment mal, mir fällt gerade ein, ich kann mal kurz die Reale der Heilung missbrauchen. Ich tue, was ich kann. Die Zeit ist knappsterblicher. Dann geht es demnächst besser. Niemand veralbert mich. Wir sind es mal so dreist. Und schauen mal. Das Sarahs Namen. Wie kann dieser Großpapa helfen? Die Zeit ist knappsterblicher. Was sich da so machen lässt. So, die gehen mal in die Ecke. Nicht, um sich zu schämen, sondern weil sie gleich eingesetzt werden. Die Zeit ist knappsterblicher. Hallo. Ja, 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 ja. Ah, fast. Lass es mich so sagen. Das Ziel, dass ich die Meisterin der Quan allein habe, ist auf jeden Fall schon mal geglückt. So, ich gehe jetzt mal in die andere Ecke. Schaut mal, was ihr kann. Meine Kraft gehört euch. Ich bin nicht. Mir scheint nicht allzu viel. Wow, ich habe nichts gesagt. Dann nippel mal. Wow, du bist ja größer geworden. Halleluja. Dann nippel mal ab. So schnell wie ich kann. Ja. Jetzt müssen wir den guten, fetten, alten Magteridon noch selbst umnieten. Ihr habt es geschafft, Lord Illidan. Ihre Verteidigung ist durchbrochen. Nur Magteridon und seine Lakaien stehen uns im Weg. Ja. Ja, die und noch irgendwas anderes. Durch euren Befehl. Ist es Zeit? Wir werden zusammen wandern. Ich tue, was ich kann. Ich tue mein Bestes. So, den Generator zerschlagen wir noch. Das schaffen wir ja. Eine Basis ist auf jeden Fall nicht mehr vor mir. Ich tue mein Bestes. Dafür aber noch lustige Helden. Für Draenor. Das war's. So, damit hätten wir noch alle optionalen Quests abgeschlossen. Führt meinen Zahn. Ich bin blind. Nicht taub. So, schaffen wir den noch? Obwohl die Endcats ziehen würde zu lange dauern. Selbst wenn ich ihn schaffen sollte. Oh, die beiden habe ich gerade nicht gesehen. Das war meine Herausforderung. Mühe los. In der Hinsicht hasse ich ja die Unheilshüter, dass sie ihren blöden Flammen-Dings da machen können. In der anderen Hinsicht sind sie leicht lächerlich. Sind Dämonen in der Nähe? Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ist mir ein Vergnügen. Sind Dämonen in der Nähe? Ihr wagt es, mich anzusprechen. Kaum eine Herausforderung. Die Rache ist mein. Das böse Hinsicht ist mein. Das böse Hinsicht ist mein. Meine Kräfte ist mein. Dann stehen mir die im Weg und dann noch, ja, der gute alte Rest. Ich brenne darauf zu handeln. Überzeugt mich. Sind Dämonen in der Nähe? Ist das alles? Kaum eine Herausforderung. Was ist denn, wenn da Gold rumliegt? Gold schreibt mich dann quasi an. Komm, nimm mich. Nimm mich mit. Das große Münzchen. Der rückt niemand, verarbeitet mich. Hm. Hm, 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 hm. Na gut, der Ereda-Hexenmeister wird ein bisschen mehr aushalten. Nee, die kommen nicht. Komm, pass mal auf, wir machen mal. Das machen wir noch. Die hier vorne bringen wir noch um. Durch euren Besitz. Wie kann ich euch helfen? Die können so nur noch von der Seite angreifen. Ich muss mich auch um den da kümmern. Pfff. So schnell ich kann das. Okay, das war jetzt gleich nicht geplant. Hehehehehehe. Ich brenne darauf zu handeln. Niemand verabschlitten. Durch euren Besitz. Ich brenne darauf zu handeln. Ich tue mein Bestes. What the fuck? Jetzt kommt der auch noch. Dickerchen, ich wollte euch das später umnieten. Ich schenke euch meine Weisheit. Na gut, ähm. Ihr wart es nicht anzunehmen. Ich glaub, der Papp wird gleich überzogen, Leute. Ich werde ungeduldig. Ja, komm, wenn der jetzt grad gekommen ist, dann machen wir ihn fertig. Die Zeit ist nachsterbender. Wir sollten bald weiter zu führen. Ich bin Wind, nicht taub. Meine Kraft gehört euch. Ich tue, was ich kann. Wenn es sein muss, dann geht's. Los, Steinriese. Bring ihn um. Hehehe. Ich kenne euch nicht, Fremdling. Doch eure Macht ist groß. Seid ihr ein Agent der Legion? Wurdet ihr geschickt, mich zu prüfen? Hahaha. Ich komme, um an eure Stelle zu treten. Ihr seid ein Relikt, Magteridon. Ein Geist vergangener Zeitalter. Die Zukunft gehört mir. Von diesem Augenblick an wird Fremdland und alle seine Bewohner mir untertan sein. Hört mich an, ihr zitternden Sterblichen. Ich bin euer Herr und Meister. Elidan herrscht über alles. Ich könnte jetzt nicht fies sein und hier den Part beenden. Das machen wir heute. Wir beenden jetzt hier den Part. Und tun uns die Endcut-Szene dieser zweiten Kampagne danach ansehen. Also in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann.